Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und in letzter Zeit haben wir sehr viele Nachfragen erhalten, wie man an verschiedenen Börsen überhaupt oder es platzieren kann oder wie man Börsen vielleicht auch direkt ansteuern kann. Wir haben hier die Trader Workstation von Interactive Poker und vielleicht erst mal ein Beispiel, wenn es jetzt um eine Aktie geht, nehmen wir jetzt mal Facebook, ich gebe den Namen hier einfach im Chart ein, so, dann kann man hier nach den Produkten suchen, wir wollen natürlich jetzt nur Aktien haben in der Form, dann sehen Sie in der Regel alles, was angeboten wird. Bei Aktien ist es jetzt relativ übersichtlich, die wird aktuell, können wir die in der Nestec, in Mexiko könnten wir sie handeln, wir können sie in Frankfurt handeln und das Letzte müsste dann, wenn ich mich nicht täusche, in der Schweiz noch sein. Hier sehen Sie auf jeden Fall alle Börsen, wo momentan diese Aktie gehandelt wird und wo Sie dann auch schlussendlich den Wert ansteuern können. Also bitte immer den Namen komplett eingeben, dann die Suchfunktion und hier können Sie dann einen Überblick haben. Da ist es aber wichtig zu wissen, welche Abkürzung steht für was, weil das Land steht ja nicht dahinter. In Mexiko haben wir Glück, die Börse da wird mit MEXI abgekürzt, dann kann man sich das erschließen. Aber ich denke mal bei IBIS zum Beispiel weiß jetzt nicht jeder, dass es die deutsche Börse ist. Bei der Nestec, glaube ich, ist es klar, aber sonst sehen Sie in Klammern immer die jeweiligen Börsenkürzel, die dann hinweisen, auf welchem Handelsplatz das gehandelt wird. Das ist das Erste. Oft ist es natürlich auch von den Gebühren dann interessant, wo führt man eine Aktie aus. Also selbst, wenn ich mich entscheide, ich möchte Facebook jetzt in Amerika handeln, dann geben wir mal Facebook hier in das Order-Tool ein oder in unsere Order-Maske, die hier geliefert wird. Ich mache sie in der Form. So, ich hoffe, das kann man erkennen. Hier sieht man in der Form, wo haben wir es, noch die Möglichkeit über Advanced. Hier hat man dieses kleine Feld Advanced. Also immer den Börsenplatz dann bei der Order selber über diesen kleinen Zusatz Advanced auswählen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, hier die Destination auszusuchen. An der Regel, egal an welche Börse Sie gehen, ist ein sogenanntes Smart Routing dahinter geschalten. Das heißt, Ihre Order wird jetzt an die verschiedensten Exchanges oder Easy Ends, wie man sie nennt in Amerika, weitergeleitet. Dort, wo Sie die schnellste und beste Ausführung bekommen, gibt es dann genau die Ausführung in dem Sinne. Kann auch sein, dass es Teilausführungen von verschiedenen Exchanges gibt. Aber um das Ganze jetzt selbst zu steuern, haben Sie natürlich dann die Möglichkeit, hier reinzugehen. Und ja, in der Form sieht man mal hier alle sogenannten Easy Ends, die jetzt in Amerika verfügbar sind. Und da gibt es natürlich immer kleine Unterschiede, sogenannte Exchange Fees, werden Sie vielleicht schon mal gehört haben. Die Ordergebühren selbst sind ja in der Regel Standard überall gleich. Aber kleine Exchange Fees sind immer abhängig von den jeweiligen Börsen. Deswegen, wenn Sie Smart eingestellt haben, können Sie das zumindestens hier bei Interactive Broker nicht vorab schon genau beziffern, was Ihre Ordergebühr ist. Da das jeweils von der Exchange Fee abweicht, wenn Sie direkt einen Platz oder einen Easy End ansprechen wollen. Ich glaube, der größte ist hier ganz oben nach Amex, A-R-C-A, Archipelago. Dann kann man das dort direkt einstellen. Und der Unterschied natürlich kann, je nach Wert, ein bisschen länger dauern, bis Sie eine Ausführung bekommen, als wenn Sie das Smart Routing wählen. Also das sind die wichtigen Dinge, die man beachten muss. Die Bühren selbst, die sogenannten Exchange Fees, finden Sie dann auf der Webseite. Da kann man sich das auch noch einmal in Ruhe anschauen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich mich über ein kurzes Like sowie auch unseren Kanal zu abonnieren freuen, dass Sie auch in der Zukunft keines dieser Informationsvideos verpassen. Vielen Dank.